Es ist die Geschichte von Alice im Wunderland. Getanzt von 32 jungen Frauen. Akrobatisch, schnell und mit einem Lächeln im Gesicht. So ist der Schautanz und sie ist mittendrin, Annika Bertes. Vor einigen Monaten hat sie sich den Fuß gebrochen. Heute ist ihr großes Turnier-Comeback. Zurück auf Anfang, Ankunft in Mülheim-Kerlich. Die Tänzerinnen der Schautanzgruppe Intim aus Stromberg wollen heute ihren Titel verteidigen. Aber Annikas Fuß zwickt noch. Man merkt den Fuß, man merkt, dass es weh tut, aber das geht. Mehr als 100 Gruppen und Einzeltänzer treten bei den Deutschen Meisterschaften der Rheinischen Karnevalskooperationen an. In mehreren Kategorien präsentieren sie sich dem Publikum und der Jury. Die Strombergerinnen haben noch drei Stunden Zeit bis zu ihrem großen Auftritt. Und die brauchen sie auch. Die Verwandlung dauert eben. Alice ist schon fertig, die anderen noch nicht. Ich bin der Hutmacher. Also ich bin sozusagen der Freund von Alice, die sie durchs Wunderland führt. Die Kostüme sind aufwendig, müssen aber trotzdem zum Tanzen funktionieren. Perfektion bis in die Haarspitzen. Dann kriegen wir ein Haarteil an. Das ist das hier. Also das kommt dann hinten drauf. Die Haare hier kommen weg. Und dann kriegen wir noch den Kopfschmuck. Der kommt halt hier so oben drauf. Annika gehört zur Armee der Herzkönigin. Noch mal schnell ausprobieren, ob alles sitzt. Schließlich geht es um ihren Titel. Ich glaube, man hat einfach diese Aufregung, dass man es einfach nicht so gut macht wie das letzte Mal. Das Lampenfieber steigt. Kein Wunder, die anderen Gruppen wollen schließlich auch gewinnen. Die Strombergerinnen beäugen die Konkurrenz. Auch Annika, die seit ihrem vierten Lebensjahr tanzt. Unsere Gegner sind alle richtig stark. Wir müssen wirklich alles geben, dass wir irgendwie die Chance haben, dann den Titel zu holen. Ein Marsch für die getanzte Geschichte von Alice im Wunderland. Mission Titelverteidigung, hoffentlich hält Annikas Fuß. Aufwendige Kostüme. Anspruchsvolle Choreografie. Perfekt getanzt. Und Annikas Fuß macht auch mit. Die Fans der Stromberger Tänzerinnen sind begeistert. Aber reicht es wirklich für den Titel? Dieses Mal jubeln die anderen. Am Ende fehlen nur 3 Zehntelpunkte zum Meistertitel. Enttäuschung ist immer irgendwo ein bisschen da. Wir hätten Deutscher Meister werden können, das ist klar. Aber wir freuen uns trotzdem, dass es ein Treppchenplatz geworden ist. Sind wir jetzt Zweiter und das ist eigentlich schon richtig gut, ja. Spätestens bei der Siegerehrung ist dann auch das letzte bisschen Enttäuschung verschwunden. Immerhin sind sie ja Deutscher Vizemeister. Wir sind gleich mal. Spätestens bei der Siegerehrung